Schöne Pleite. Wieso? Das war doch ein Geständnis. War es das? Ein Geständnis auf Widerruf. Er hat es doch eben selber zugegeben. Eben. Aber würde er das auch vor Gericht tun? Ob er es war oder nicht, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise haben für eine Aburteilung nicht mit hinlänglicher Sicherheit ausgereicht. Ein Zweifel für den Angeklagten. Das galt schon bei den alten Römern.